Okay, es geht weiter mit Avalamkot. Okay, was sagt er jetzt? Wir haben Beweise. Augenzeugen vortreten. Ich sah, wie es geschah. Bronxes Namen des Buron hat die Stadt weggezaubert. Was ist das für ein Spasti? Ich hatte solche Angst, Bruder. So Helden darf tun und dann machst du so etwas. Das stimmt nicht. Wir können dir nicht länger vertrauen. Zu schade, auf Nimmerwiedersehen. Scheißal. Ihr, was sind das für Bastarde? Hättest du jetzt immer noch für einen Helden? Kein anderer denkt mehr über dich so. Weben Action. Okay, jetzt mal kurz wieder. Boah, hier kommt schon der Nächste. Was? Roxas, warum hast du das getan? Ich und alle Menschen in Ruhe haben dir vertraut. Was, hast du deinen Seelen einen Dämon verkauft oder so? Bitte glaub mir. Tut mir leid, aber ich kann nicht. Ihr, selbst er. Wir haben uns nichts mehr zu sagen. Hä? Sie denken, dass ich das war. Ich war doch... Hm, versuch nicht es zu leugnen. Es gibt zu viele Zeugen. Wo ist eigentlich dieses Buch, das du sonst immer mit dir rumschleppst? Du hast dieses Buch benutzt, um deine dunkle Magie zu werken, richtig? Ja, Roxas ist es traurig. Verdammt. Du nichtsnuss. Ich dachte, du wärst anders. Ich hätte nie gedacht, dass du deine Kräfte für etwas Böses einsetzt. Ein Meister muss Verantwortung tragen. Ich, Gustav, gehe hiermit die Schließung meiner Ausbildungshalle bekannt. Um mich ganz deinem... Was? Um mich ganz deinen Opfern zu widmen. Spar dir deine Worte. Wieso sind die alle gegen mich? Hier ist jemand, der dich sehen möchte. Tretet ein. Was? Oh nein, Roxas? Das wird heftig. Wo ist Hannah? Wo um alles Welt ist sie? Sie ist... Das darf nicht sein. Warum hast du sie nicht beschützt? Oh, Fahler. Sie hat so viel von dir gehalten. Oh, oh. Warte, kipp's jetzt. Ach du Scheiße. Wir müssen die Untersuchung abbrechen. Wir werden morgen weitermachen. Werf das Individuum in eine Zelle. Ja, das Individuum und so. Dreckige Bastarde. Verdammt. Und er ist auch noch hier. Hm. Du bist zurück. Dir hat man das aber gegeben. Aber das hier ist ziemlich beeindruckend ins Verlies. Ein ziemlich beeindruckend ins Verlies, meine ich. Heiliger König, ist so ein Quatsch. Noch ein Erdbeer. Was ist los? Ich muss auch noch mal bald speichern. Ich hab den bisher nicht mal gespeichert. Hey, pass auf. Hm. So kräftig. Oh, da war das nur ein kleiner Holzblock. Wo ist eigentlich dein Helm? Hm. Das Erdbeer hat einen Weg nach draußen geöffnet. Das ist ein Wunder. Also ich werde jetzt gehen. Komm mit mir. Hab ich jetzt die Wahl? Wenn dir dein Leben lieb ist. Ich geh lieber mit. Ich hab keinen Bock hier zu bleiben, wenn alle meine Freunde mich verarschen. Was machst du hier? Denk nicht darüber nach. Geh. Mach schon, Roxas. Okay, hier sind wir draußen. Und wo genau? Oh, da sind wir. Ach so. Dieser Ort ist riesig. Fast schön wie ein Labyrinth. Verdammt, ein Labyrinth. Aber natürlich. Willkommen im geheimen Maja. Heimat der Gule. Gule? Schön, dich wieder zu sehen. Ähm. Geheim Maja? Genau, das Geheim Maja verließ. An Todes sagt, der in Kalalas dunkler Geschichte in Vergessenen... Ach. Ach, ich bin krank. Möchtest du noch etwas wissen, Gule? Schlafverbrecher und politische Gegner wurden hier eingesperrt. Viele wurden einfach vergessen und hier dem Tode überlassen. Ihr Zorn hat aus ihnen wandelnde Gule gemacht. Stimmst du diesen Mann? Ja. Dieses Verlies führt weit nach unten. Gule und Monster schleichen durch seine Gänge. Habe ich eigentlich eine Waffe? Und was jetzt? Kann ich jetzt nicht kämpfen, oder was? Klingt gefährlich. Wurdest du schon wieder für etwas eingesperrt, das du nicht getan hast? Und schon bin ich so hilfreig zur Stelle. Hihihi. Toll, vielen Dank. Okay. Okay, sind hier sind... Warte. Wie sind wir jetzt da hingekommen? Hm. Hm, du machst einen sehr niedergeschleunten Eindruck. Na, egal. Komm vorbei, wenn es dir besser geht. Bis dahin. Und wo soll ich jetzt hingehen? Warte, ist das der Gang, den ich immer öfters gegangen bin? Doch, das ist der. Okay. Die Katzin dauert echt lange. Ähm, bin ich gerade umgekippt? Hey, Roxas, was ist denn los? Hey! Kapitel 6. Abreise. Oh, jetzt sind wir in Kapitel 6 so schnell? Okay. Also, wie viele Kapitel gibt's denn? Der Ruf von etwas Wartvollem. Wer hat die verlorene Macht zu bringen? Okay. Und wer ist das denn? Hey, bist du wach? Lauka hat sich Tag und Nacht um dich gekümmert. Lauka? Hm, du siehst immer noch schlecht aus. Was ist denn los? Ich weiß, dass du hungrig bist. Lauka hat... Was? Ah, was? Lauka hat auch Hunger? Wer ist Lauka? Gut, du bist eigentlich aufgewacht. Hahaha, ich wette, du bist verwirrt. Wir sind im Haus einer Freundin. Du musst immer noch unter Schock stehen. Wir bleiben hier, bis es dir wieder besser geht. Haben dich die Stadtbrunner... Haben dich die Stadtbrunner... Stadtmenschen weggejagt? Keine Sorge, die sind weit weg. Bleibe hier, bis du wieder gesund bist. Hier ist jemand, der dich kennt. Warte, kommt jetzt vorne, oder was? Prinzessin... Was? Prinzessin wartet? Prinzessin! Oh, kannst du nicht mal ruhig sein? Ich muss mit ihm sprechen. Warte, Dorifia ist hier. Super. Hey, du willst doch ein Held sein? Ich weigere mich zu glauben, was mein Vater und Bürgermeister Georg sagen. Wenn du so weitermachst, bleibst du bis am Ende deiner Tage ein Verbrecher. Willst du damit leben? Ja. Weißt du, ich habe sowieso nichts anderes zu tun. Ich glaube immer noch fest daran, dass du der Held von Kalaya bist. Wartet mal kurz. Okay, es geht weiter. Äh, ja, ich bin der Held. Ich gehe jetzt. Aber woher weißt du, dass ich hier bin? Hm, okay. Kommen jetzt irgendwelche Leute, die mich besuchen, oder was? Hatte sie sich wieder da. Bist du niedergeschlagen? Hör mir zu, egal was mein Vater sagt. Ich weigere mich zu glauben, dass du das getan hast. Jemand wie du würde so etwas nie übers Herz bringen. Seit du Guri-Guri gerettet hast, weiß ich, dass du niemals Menschen der Art verletzen könntest. Du solltest endlich mal ein bisschen raus an die frische Luft gehen. Oder ist der Großheld nicht imstande, eine Dame zu begleiten? Okay. Da bin ich wieder, Roxas. Wie kannst du noch Trübser blasen, wenn eine Prinzessin zu Besuche ist? Hm. Jemand, der ein Held sein will, sollte niemals so niedergeschlagen sein. Hast du denn keinen Stolz? Du kannst doch nicht einfach davon laufen, nur weil die Menschen an dir zweifeln. Die haben mich gedisst. Hast du das nicht gemerkt, oder was? Du hast alles verloren, was dir wichtig war, richtig? Egal, ob du dein Liebstes, deinen Status oder deinen Ruhm verloren hast. Mein Vater hat mich gelehrt, niemals aufzugeben. Ich kenne das auch. Ich gebe auch niemals auf. Ich kann es kaum erwarten, den Held, den ich kenne, wiederzusehen. Jetzt zeig mir dein wahres, tatendurstiges Selbst wieder. Ich werde warten. Okay. Warum kommt eigentlich die ganze Zeit die Zofe mit? Er hat ja keine Hobbys. Warte, ist es doch Rex hier? Lauka hat diesen Menschen in der Mitte gefunden. Er war für dich. Warte, das ist... Unser bester Freund. I was so wrong. After what happened, I ran away. They think I have the book of prophecy. The book is in the desert. The desert witch has it. I was honored to be your best friend. But maybe someday we can be... We can be... Warte, eine Seite von Fana. Okay. Jetzt ist er wieder topfit, okay. Nein. Ah, wir sollten die Sache in Angriff nehmen, Roxas. Und was meinst du damit? Kannst du ein Schwert halten? Nein, ich tu nur so. Hat er erkannt das wirklich nicht? Wie sieht das mit deinem Hammer aus? Okay. Geschosse Bomben. Was kannst du eigentlich? Ich höre auch alles. Haha. Aber du willst dann auch kämpfen. Was kommt jetzt? Stille. Ein schwarzer Fleck auf dem Boden. Und ein trauriges Gesicht. Ist er wieder glücklich? Ja, jetzt ist er wieder da. Epische Musik. Hilf, wirst du deinen Fertigkeiten weitergeben? Ja. Roxas, du verfügst nicht mehr über die Macht Wunder zu wirken. Aber du hast immer noch eine Chance. Möchtest du meinen Kampfstil lernen? Na klar. Mein Kampfstil ist der Ursprung der vier großen Schulen. Ohne Formen und deshalb ohne Grenzen. Es benötigt nichts und besiegt doch alles. Ich rede von Faustkampf. Faustkampf? Ich lerne mit die Fäusten zu kämpfen, also los. Beginnen wir mit der ersten Aktion. Zerbrich alle Kisten. Okay, eine Kleinigkeit. Warte, erspeichern wir das mal ab. Sonst muss ich das alles normal machen. Daten werden, Daten wurden gespeichert. Okay, das hier so und auch so. Kann ich noch nicht, okay. Was ist das für ein Riesenpilz, verdammt. Okay, das haben wir jetzt auch. Okay, die nächste Lektion. Ist egal, Gegner. Ohne Waffe, okay. Und was für Gegner sind das denn? Ah, verdammt. So. So. Verdammt, komm her. So. Ah, verdammt. Fick dich. Ah, ohne Waffe ist das voll scheiße. Ah, fick dich doch. Okay, besiegt. Ah, noch ein Bastard von dem. Wie du... So. 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 Weg mit dir. Wie du lebst noch. Ich hab dir geist, du sollst sterben. Verdammt. Mal sehen, ob dein Training Erfolg hatte. Besiege die Gegner mit der Energie, die sie zwischen deinen Händen sammelt. Mach deinen Geist und greife an. Ähm, ja. Ja, ich hab Energie zwischen meinen Händen. Ist klar. Ach du Scheiße. Ähm, ja. Ja. Ach du Scheiße. Ich kann nichts was machen. Ja. Das ist Neiji. Ich kann... Birko Gun einsetzen. Ja. 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 Er ist tot. Jetzt kommst du nur dran. So. 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 Ach. Wir sehen uns im nächsten Part.